Episode 3 Infiltrating the Airship Okay, wie machen wir das? Okay, wie machen wir das? Nehmen wir ein Headset, eine Kleberhand, ein... Ja, das oder die Kanonenkugel. Wir nehmen... Ach komm, volle Kanne voraus! Okay, wir sind schon mal drin. Was nehmen wir? Wir nehmen den Laser, den Stuhl oder die Rakete. Wir nehmen den Laser. Ohoho, scheiße. Newtons drittes Gesetz. Eine Kraft besteht eigentlich aus zwei Kräften und die sind eigentlich gleich, aber die sind eben so unterschiedlich. Ja, sowas in der Richtung. Hm, gut zu wissen. Äh, Rakete. Oh. Weißt du, ich dachte, du würdest da ernsthaft schneller sein damit. Okay, dann ist es der Stuhl. Ja, das sieht man hier. Oh, shit. Da war... Äh, Spikes! Wow. I see you went with the... Gehst auf Verteidigung. Gute Wahl. Aber nicht gut genug. Rausschmeißen. Okay, es hat funktioniert. So, äh, shit. Äh, warten. Äh, manche sind mental nicht darauf vorbereitet, in andere Dimensionen zu reisen. Ach du Scheiße. Ähm, okay, Leute, ich muss mal ganz kurz hier den hier machen, weil ich sehe jetzt gerade schon ein paar Mal öfters, dass, das, 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 äh, äh, mir Benachrichtigungen von Freunden angezeigt werden und das, äh, will ich nicht. Deswegen muss ich, glaube ich, äh, so, mich selber gerade mal kurz auf, äh, abwesend einstellen. Äh, und zack. So, retry. Ach, das geht immer so schnell. Zack, zack. Wen nehmen wir? Äh, Metallpaus. Ohohohoa. Ah. Ich denke, es wäre cooler gewesen, wenn du dich in ein Rhinoza-Ross verwandelt hättest. In welchem Donkey Kong Country war das? Das war in irgendeinem... Donkey Kong Country, wo man sich in dieses Rhinoza-Ross verwandelt. Bohnen. Boah, die Fart-Gun. Na, na, welches Spiel war das? Okay. Metall-Bändigen. Äh... Ja, sie sind unten. Du bist ein Bändiger, Harry. Ganda. Rohe Hosen. Oh, yeah. Äh. Hoppala. Ach, du hast vergessen, die Hosen-Träger anzuziehen, oder? Okay, Raketensprung. Oh, shit. Oh, shit. Okay, nehmen wir das Messer oder das Jojo? Boah, gute Frage. Ich nehme das Messer. Sieht... Okay, sieht mir nach Final Fantasy aus? Okay. Kämpfen, Blitz, Tools, Magie. Reflektieren. Feuer. Oh. Gee, that backfired. 10 out of 10 Jokes here, folks. Ach. Fick dich doch, Junge. Wer auch immer das war. Okay, ähm. Tools. Kettensäge. Ooh. Nice. Okay. Und hier haben wir die Final Fantasy-Anspielung nochmal. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da runter? Mit dem Gleiter? Äh, Raketenstiefel oder Beef Up? Steroide. Steroide. Sehen Sie Sekunden in weniger als 8 Sekunden? Warte mal, was? Na, egal. Raketenstiefel. Ooh. Ah. Produktion. Okay. Produktdatenblatt. Äh. Finde leichteres Material. Okay. Mhm. Dann der Gleiter. Woher kam das? Help, help, help. Okay. Ich bin also hier. Da, wo sie mich haben wollten. Oh. Okay. Jetzt ist die Frage. Was machen wir? Ähm. Verraten wir das Militär? Oder schließen wir uns dem Militär an? Ich würde sagen, wir verraten sie, oder? Eine Rakete. Oh. Pfff. Hahaha. Für eine Sekunde dachte ich, das ist keine so gute Idee. Dann schmeißen wir Dummies runter. Funktioniert's? Du denkst, sie sind okay? Oder sie fallen? Ich bin sicher, dass Henry einen Plan hatte. Ja, bestimmt. Was ist... HENRY! Oh, yeah. Rang. Rapidly promoted executed. Nice. Ach, die kann ich ja leider nicht scannen im Abspann. Schade. Okay. So. Jetzt ist die Frage. 11 von 60. Na, ist... Nicht schlecht. Was heißt hier nicht schlecht? Könnte besser gehen. Aber gut. Ähm. So. Hier haben wir drei Seiten. Okay. Mhm. Naja. Die werden wir auch noch alle hinkriegen. So. Ach ja, was sagen die Achievements? Ja, ja. Mhm. Mhm. Okay. Gut. Genau. Einige Achievements, die ich noch nicht habe. Gut. Dann... geht's weiter mit dem vierten Kapitel. Episode 4. Fling the Complex. Ah, hello Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stick. You're going to be here for a long time. Grigory. Take him. You wait here until the cell found. Also. Was machen wir? Boost up? Auf den Transfer warten? Totstellen? Oder Charging Tackle? Totspielen? Das ist Grigory. Huh? Ja, du kennst einen neuen, Henry. Oh, ja. Er ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, dass er in den ersten Kapitel ist. Setz ihn mit anderen. Ja. Okay. Okay. Pretty convincing hier. Auch wieder 60 Fails. Okay, warten wir auf den Transfer. Alright, let's go. Have a good time. Krankheit faken. Oh, shit. Quarantäne. Kenn ich doch irgendwo her, ne? Oh, hoppala. Ich geh nochmal hier hin. Denn ich wollt eigentlich... Ich dachte, wait for transfer war was Falsches. Okay. Boost up. Das wollte ich machen. Das war mein erster Gedanke. Genau. Über den Lüftungsschacht ausbrechen. So muss das sein. So. Aber... Wir lassen die Dame nicht hier hängen. Bitte. Und ich bin like, look at how much I care. I don't care. Ich endete ababuffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Oh, ein Tetris-Stein. Okay, was machen wir? Äh, den Tall Guy, Bounce Bros, Distract oder Syngonice Takedown. Wir machen mal den Tall Guy. Ich verstehe nicht, wie größer sein... Ich verstehe nicht, wie größer sein... ...dir hier rausheifen konnte, okay? Äh, Bounce Bros. Last night, I kept facing the same deck. Oh-ho-ho-ha! Muss das ernsthaft so extravagant sein? Du-du-du-du! Distract. Was wird das sein? Oh yeah, last night, I kept... Was zum... Okay... Und Ali denkt sich auch nur so, fuck it. Was... 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 Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Bis zum nächsten Mal.